In diesem etwas längeren Tipp möchte ich Ihnen zeigen, was Sie machen können, wenn Sie einen Scheinwerfereffekt benutzen wollen, aber keinen rechteckigen, sondern einen unregelmäßigen. Zum Beispiel in diesem Bereich hier möchte ich, dass die Lasche von dem Register mit in dem hellen Bereich ist, der Rest aber mit abgedunkelt wird. Das bekomme ich mit einem Rechteck nicht hin. Ein zweites Callout hilft mir auch nicht, da dann der dunkle Hintergrund noch dunkler wird und hier weitere Teile auch abgedunkelt werden. Was ist zu tun? Ich lösche dieses Scheinwerfer-Callout erstmal wieder weg und sperre alle Spuren außer der Videospur. Markiere mir einen Bereich, in dem Bereich ich das Scheinwerfer-Callout anzeigen möchte und kopiere den Bereich mit STRG-C in die Zwischenablage. Drücke zweimal STRG-V, um ihn zweimal einzufügen und positioniere ihn an dieselbe Stelle wie vorher das Original-Video. Jetzt nehme ich mir den ersten Teil und schneide ihn zu auf die Lasche. Drücke hier mein Werkzeug zuschneiden und schneide das Video zu, bis es hier nur noch die Größe dieser Lasche hat. Nehme das zweite Video und schneide es jetzt zu auf den hellen Bereich, den ich hervorgehoben haben möchte. Nur dieses weiße Fenster hier. Jetzt habe ich in diesen beiden Spuren jeweils ein genau passendes Objekt gelegt. Deshalb fällt in dem Video jetzt auch gar nicht auf, dass da was passiert ist. Wenn ich diese beiden Videos jetzt um eine Spur hoch schiebe und ein Scheinwerfer-Callout einfüge, dieses Scheinwerfer-Callout dann unter diese Spur ziehe, sodass es abgedeckt wird von dem zusätzlich markierten Videoteil. Dann passiert folgendes. Ich lasse das Ganze mal abspielen. Und Sie sehen, jetzt ist der weiße Bereich erhellt, auch die Registerlasche unten und der Rest ist unscharf und abgedunkelt, so wie man es mit einem unregelmäßigen Callout, also einem Vieleck, machen könnte, was es aber leider nicht gibt in Camtasia.